Damit herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption Undead Nightmare. Ja, jetzt sind wir hier immer noch an der Städte am Säubern. Allerdings ist jetzt alles zu ziemlich sicher, aber nee, ich habe jetzt keine Lust, noch was zu säubern. Das ist mir ein bisschen zu viel Arbeit. Ich mache jetzt lieber Dinner for Two. Mache ich jetzt. Wann ein bisschen weiter weg ist. Ein bisschen aber auch nur. So, mal Pferd rufen. Damit mal schneller da hinkommen. Da da hinten kommt es. Da ist es. Da ist es, jawohl. Komm her! So. Kann ich ja nicht auch übers Wasser. Ist ja nicht eigentlich nicht viel. Ja, brrrr. Ruhig. Aber schön. Schöne Gegend hier. Ja. Ich müsste eigentlich hier hochreiten können eigentlich. Ja, wunderbar. Aber es ist mal was anderes als so GTA 5, wo man so knallharte Action hat. Das, äh... Klingt jetzt nicht gut. Definitiv, ne? Aber ich bin mal gespannt, was uns da erwarten wird. Reden wir mit den Überlebenden. Oh! Da, nur nicht rein. genau na wo sind sie lady lady ich will gern ihnen helfen ich habe eine schöne Leben bis diese Dinge kommen meine Ammung sind bereits weg bitte erzähl mir, du hast etwas hier, schau es, du fast Herr Willen, das wird uns ein bisschen länger nur noch ein bisschen nur noch zu halten, bis die Welt enden, Mensch so, bam hab ich noch 13 schuss oder hinten ist ein doggy ist da ein bisschen mehr wie ich so feststelle gerade mal wow so jeder na jetzt aber gucken ob da was ist na komm steig einfach da hoch steig doch einfach hier hoch Himmelherr, was ist das denn so schwer Mabel, Mabel, ich liebe dich, Frau ah ja das schon der Bär, ähm ein Zombie was machen wir denn noch so weiter irgendwie irgendwie ja, das hoffe ich auch, dass wird der Himmel jetzt zu dir waaaaa ho 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 so oh der ist aber auch jungen Junge nein, nicht hier hinkommen, nein ja, ich hab das gesehen und du da bist trotzdem danke gäh gäh soo na na ja oder oder Die restlichen Zombies an dir gehen. 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 naja wir haben zumindest hier sieben schuss wir haben die ganze gegen das hier erst mal gerettet ich hoffe sie sind glücklich du hast dir den kopf weggeballert die sind tot so komm her reit mal weiter nachdem wir wieder eine stadt gerettet haben das war so ein mini stadt ja der red tauber wie ich ihn jetzt offiziell nenne wird auf jeden fall weitergehen mit red der verdämmchen da dürft ihr euch auf jeden fall hat noch was gerade gefangen wir fast machen sagen wir mal so und ja beruhigt euch helfen wie soll ich denn helfen folge den überlebenden um sein familienmitglied zu retten okay ja 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 die 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 ja ja die die So. so kein problem weder nur alle paar sekunden aufgehalten oder so von daher wir zombies naja schafft schützen gewähren emotion ich hoffe nenne zwei wir sehen ja nicht da reingekommen die tür war doch steil offen war sie schon ziemlich dämlich seine satten schaffen wir sind so wie soll wir warten noch kurz hier alles einsammeln ich hab mal willst du mich eigentlich verarschen ich hab mal so gehen wir nicht auf den keks ich habe eine leichte monosomen bin danke das kann man die stelle come on come on come on come on down aber wo kann man down oder get down ich habe mich schon auf den terminator in wwe 2k 16 definitiv cool wenn man den so spielen kann definitiv so schön jetzt reiten hier bereiten